In diesem Video geht es um die verschiedenen Leisten eines Fensters. Ich habe hier ein Ordnerfenster geöffnet und finde ganz oben in diesem Ordnerfenster die sogenannte Titelleiste. In der Titelleiste eines Ordnerfensters ist unter anderem auch der Titel des aktuell geöffneten Ordners zu sehen. Dadurch, dass ich mich im Ordner ECDL Base befinde, sehe ich den entsprechenden Hinweis in der Titelleiste. Öffne ich jetzt zum Beispiel den Ordner Computergrundlagen und darin den Unterordner Dateitypen, sehe ich, dass die Titelleiste angepasst und aktualisiert wurde und darin habe ich jetzt den Hinweis, dass ich mich aktuell im Ordner 01 Dateitypen befinde. Rechts außen in der Titelleiste finden Sie die Schaltflächen fürs Minimieren, fürs Maximieren und für das Schließen eines Fensters. Links außen in der Titelleiste habe ich die sogenannte Schnellzugriffsleiste. Diese bietet mir die Möglichkeit, auf bestimmte Befehle schnell zuzugreifen. Sollten mir die hier angezeigten Befehle nicht ausreichen, kann ich hier jederzeit Befehle auch hinzufügen. Dazu öffne ich in der Schnellzugriffsleiste mit Hilfe des Pfeils die Liste und kann zum Beispiel, wenn ich immer wieder den Löschenbefehl benötige, den Befehl Löschen hinzufügen, aber auch zum Beispiel den Befehl Rückgängig. Wenn ich jetzt eine Datei markiere, habe ich direkt in meiner Schnellzugriffsleiste die Möglichkeit, den Löschenbefehl anzuklicken. Der Computer fragt mich sicherheitshalber, ich bestätige mit Ja und er löscht mir diese Datei aus meinem Ordner. Unterhalb meiner Titelleiste und der Schnellzugriffsleiste habe ich die sogenannte Multifunktionsleiste oder man spricht auch vom sogenannten Menüband. In diesem Menüband finde ich einerseits das Register Datei mit ein paar grundlegenden Befehlen, aber auch das Register Start, aktuell Freigeben und Ansicht. Und je nachdem welches Register ich anklicke, finde ich hier verschiedenste Befehle, die mir zur Verfügung gestellt werden. Im Register Start habe ich grundlegende Befehle, wie das Kopieren oder Ausschneiden von Objekten, aber auch das Löschen, Umbenennen oder das Erstellen von neuen Ordnern zum Beispiel. Unterhalb dieses Menübandes, dieser Multifunktionsleiste, finde ich dann in einem Ordnerfenster die sogenannte Adressleiste, die mir die aktuelle Adresse oder den sogenannten Pfad anzeigt. Wenn ich in den freien Bereich dieser Adressleiste hineinklicke, sehe ich den Pfad in kurzer Schreibweise dargestellt. Dann folgt der eigentliche Teil meines Ordnerfensters, links mit dem Navigationsbereich, rechts der größere Teil stellt mir den Inhalt des aktuellen Ordners dar und ganz unten finden Sie dann auch noch die sogenannte Statusleiste. In der Statusleiste sehe ich immer wieder aktuelle Informationen, zum Beispiel in einem Ordnerfenster, wie viele Objekte hier vorhanden sind. Oder wenn ich mehrere Dateien markiere, ich wähle hier ein paar Dateien aus, dann zeigt mir der Computer in der Statusleiste an, wie viele Elemente aktuell ausgewählt sind und wie viel Speicherplatz diese Objekte gemeinsam benötigen. Wenn mir nicht der komplette Inhalt dieses Ordners angezeigt werden kann, weil das Fenster nicht groß genug ist, sehe ich rechts außen auch noch eine sogenannte Bildlaufleiste. Mithilfe dieser Bildlaufleiste kann ich dann innerhalb des Fensters navigieren. Mit den Pfeilen ganz unten, also am Ende der Bildlaufleiste, beziehungsweise ganz oben kann ich nach oben und unten navigieren. Ich kann aber auch dieses sogenannte Bildlauffeld, also diesen grauen Balken, nach unten beziehungsweise oben verschieben, um damit innerhalb meines Ordnerfensters navigieren zu können. Wenn ich jetzt ein anderes Fenster aktiviere, zum Beispiel ein Word-Fenster, finde ich hier auch die gleichen Leisten. Ganz oben die sogenannte Titelleiste. Hier sehe ich, welches Programm aktuell angezeigt wird, also das Programm Microsoft Word. Daneben sehe ich auch den Dateinamen der aktuellen Datei. Links außen wieder eine Schnellzugriffsleiste. Darunter wiederum das Menüband oder die Multifunktionsleiste. Hier natürlich mit wesentlich mehr Registern, weil Word ja sehr viele Befehle zur Verfügung stellt. Und in jedem Register sehe ich darunter die passenden Befehle, die angezeigt werden. Ganz unten dann wieder meine Statusleiste mit Informationen zu den Seiten, die hier angegeben sind, beziehungsweise natürlich auch zu den Wörtern und zur Sprache, die eingestellt ist. Rechts außen haben Sie dann wieder eine Bildlaufleiste. Und mit dieser Bildlaufleiste kann ich natürlich auch hier wieder innerhalb des Fensters navigieren.